Hallihallo, heute mal ein Video, das eigentlich gar nicht so geplant war. Ich bin hier unter lubuntu15.10. Nun, eigentlich nette Sache, ich wollte ein ganz anderer Video machen. Ich wollte mir Record My Desktop hier diesen Desktop aufzeichnen. Also wollte dann zeigen, jawohl, lubuntu15.10 Touchscreen geht. Und das ist noch nichts besonderes hier quasi. Das ist, ich habe meinen alten Dell hier dran. Der hat nur eine CPU. Gut, Problem war, Record My Desktop hat nur schwarze Bilder gemacht. Deshalb heute mit meiner Videokamera, nebst Kontrollmonitor, ja, Kontrollmonitor, den ich letztens mal vorgestellt habe, dass ich mal gucken kann, was da so aufgenommen wird. Hoffentlich klappt das. Und Aufnahme über mein Smartphone, ja, über das Smartphone aufzunehmen. Gut, jetzt sehe ich also ungefähr, was ihr so seht. Äh, ja, eigentlich war Record My Desktop, das ist jetzt schade. Das ist jetzt kein Video mehr geworden zu Ubuntu 15.10, also Lubuntu. Was es alles kann oder was es alles nicht kann. Äh, das ist so ein bisschen undisponiert jetzt hier. Gut, was ging nicht? Ich konnte zum Beispiel nicht, äh, GUVC View, obwohl installiert. Ich kann ja rumtatschen, ne? Und zwar haben wir unter Unterhaltungsmedien eigentlich, äh, GUVC View. Okay, das schmiert aber immer ab mit einem Fehler. Das ist jetzt nicht so schön, ne? Und darüber bin ich dann gekommen auf ein anderes Programm. Ja, gut. Jetzt, äh, startet's versehentlich. Startet's eigentlich versehentlich. Äh, äh, zeige ich das AK-Video auf. Ähm, äh, bin drauf gekommen auf Camorama Hilfe. Über Camorama 019, ja, Camorama 019 bin ich drauf gekommen. Gut, äh, das funktionierte. Äh, Cheese ging erstmal auch nicht. Ich hab jetzt noch diverse restriktierte Extras installiert, äh, war nichts zu machen. Gut, die Webcam, äh, befindet sich jetzt hier oben, wenn ihr das seht, da oben auf meinem Monitor. Ähm, jetzt nochmal probieren. Sonstige, ich bin ja flexibel, ich kann ja mal gucken, ob GUVCW mittlerweile geht. Nein, geht nicht. Habt ihr gesehen, es kam kurz, ist wieder weg. Cheese wollte auch nicht. Und auch mein selbst geschriebenes Skript für Webcam, ähm, hatte ich mal in einem Video gezeigt, ging nicht. Eigentlich wollte ich hier ein, ein wunderschönes Video machen, ne? Wunderbar, ich sag, das geht ja auf dem alten, äh, Dell. Wunderbar, obwohl der nur einen Prozessor hat. Und rein in Intel Celeron 2,53 Gigahertz. Der Rechner, der dieses Bild erzeugt, ist über 10 Jahre alt. Ja, also 2005 so rum gebaut. Jetzt haben wir bei 2016, ne? Da wollte ich lobend, dass Sie erwähnen, aber da ging so einiges nicht, ne? Das ist mir dann im Nachhinein. Warten Glück, äh, kann ich euch dann zeigen. Also was aber geht ist, wenn ich einen touchscreenfähigen Monitor an diesen alten PC anschließe, ne? Und dieser touchscreenfähige Monitor hat einen separaten USB-Anschluss, ne? Sodass das Serumgetouch dann wie eine Mausaktion ausgeführt wird. Das funktioniert prima. Das ist deshalb ganz, äh, interessant und witzig. Jetzt mach ich noch ein Kanorama an, damit ihr mich auch schwätzen hört. Da bin ich wieder, äh, erlebe. Also das ist deshalb ganz witzig, weil normalerweise die neuen Geräte, die man so kauft, ne? Die sind zwar auch zum Trennen, ne? Da hast du einmal den Bildschirm und den Computer. Da kannst du so wie so ein Laptop zusammenstecken. Nur Nachteil von den Geräten ist, die gehören halt nur zusammen. Hier ist es so, dieser Bildschirm, den kann ich weiß Gott wo anschließen. Da habe ich VGA, DVI und HDMI und kann mir das Ding weiß Gott wo anschließen. Zum Beispiel an einen alten PC. Bei den Kombi-Geräten, die man fertig kaufen kann, da passen nur die Dinger so zusammen. Ja, also sie auseinander wie so ein Tablet. Also, Lubuntu. Habe mir nachinstalliert, äh, Thunderbird, E-Mail, Nachrichten. Wunderbar, einwandfrei, gerne. Und Firefox, äh, ist schon dabei. In der Version 42, also steinalter PC. Und wir haben die Möglichkeit, ähm, dort einen aktuellen Browser zu haben. Der Firefox ist natürlich wegen einer CPU ziemlich langsam. Ähm, weil halt die ganzen Plugins und Flash und so weiter dann auch noch mitspielen wollen. Ansonsten ist Lubuntu auf dem steinalten Dell prima. Wir haben installiert Firefox, äh, Thunderbird habe ich nachinstalliert. Grafik haben wir nicht GIMP vorinstalliert. Kann man mal nachinstallieren. Da ist so ein komisches MT-Paint. Ja, was ist mit dem MT-Paint? Und jetzt bin ich auf Simple Scan gekommen. Das ist für den Scanner, für den Drucker. Und vielleicht die Sonnenbrille doch ausziehen sollen. Ähm, äh, Grafik. Das ist so ähnlich, ja, also nicht so ähnlich wie GIMP. Das ist nicht so komfortabel. Da kann ich zwar hier dank Touchscreen auch was irgendwie machen. Ähm, ne? Kann ich zum Beispiel mal irgendeinen Stift auswählen und Hallo schreiben. Der Stift ist natürlich ein bisschen klein. Kann man das überhaupt erkennen im Video? Ja. Aber zum Beispiel weiß ich hier nicht, wie ich ranzoome und so weiter. Das ist nicht so ganz eingängig. Dieses Programm, ne? Also dann, also auf dem steinarten PC mit Touchscreen geht wunderbar. Auch der Desktop sieht hübsch aus, finde ich, ne? Mit dieser Grafik. Gut gelungen. Alles bewegt sich relativ schnell, ne? Das ist halt jetzt ein Rechner mit nur einer CPU. Ihr seht das ja jetzt in echter Geschwindigkeit. Weil Rekordmann Desktop halt nicht läuft, ne? Das ist halt der Vorteil. Habe ich mir entsprechend schon eingestellt. Machen wir mal U. Na, ähm, Minus A. Und Brilleab. Damit war euer Kettekern LSB Release Minus A. Prinzipiell, ja. Prinzipiell ist Lubuntu 1510 empfehlenswert, denn es läuft ja. Aber im Detail versagt es zumindest bei mir, bei manchen Programmen. Hier waren es GU-VCW, dann war es Cheese und dann, ja, Rekordmann Desktop halt. Liegt vielleicht auch nur an der CPU. Oder dass die Grafik halt kein OpenGL oder wie auch immer braucht es eigentlich auch nicht. Dafür ist ja Lubuntu da, aber es gibt kleine Einschränkungen und die gefallen mir nicht so gut. Ähm, gut. Also wer zu Weihnachten alten Rechner kriegt, den sollten die Eltern zumindest mal ein Touchscreen spendieren. Einen, der separat installiert ist, ne, also der nicht zum Gerät hört, sondern der viele Anschlüsse hat. VGA, HDMI und DVI. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Tannenbaum, du Tannenbaum. Tannenbaum.